Hallo liebe Winterfans, wir begrüßen euch zu unserer ersten Folge von Montags Live. Wir wollen dieses Format nutzen, um immer montags so ein bisschen über das Wochenende noch mal zu sprechen, also über das Wintersportwochenende. So die Highlights irgendwie, mal noch mal Revue passieren lassen, was es so passiert im Social Media. Und zudem wollen wir immer mal wieder das Thema Nachhaltigkeit mit reinbringen. Ja, um einfach ein bisschen zu sensibilisieren. FISMAN hat da eine Initiative und da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zurück. Jetzt stellen wir uns vielleicht erst mal vor, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr redet. Genau, also zu meiner Linken sitzt die Maren Hammerschmidt. Kleiner Scherz. Der Scherz musste unbedingt sein. Ich habe den auch am Wochenende, glaube ich, nur einmal gehört. Nur einmal? Ja, mindestens. Wie oft wirst du tatsächlich verwechselt? Oh, gefühlt tausendmal. Also tatsächlich wahnsinnig oft. Was sagst du dann? Ich bin leider nicht die Maren. Manchen ist das egal, die wollen dann trotzdem ein Foto, was ich dann auch sehr nett finde. Aber ich sage es den Fans lieber, bevor sie denken, sie haben da ein Foto von Maren und dann ist sie es leider nicht. Naja, aber du bist ja auch cool. Ja, aber naja. Du bist eigentlich unser Facebook-Live-Profi. Also du warst jetzt am Wochenende wieder im Einsatz in Rupholding. Ich versuche einer zu werden auf jeden Fall. Ja, aber auch letztes Jahr schon voll im Einsatz und bist so unsere rasende Reporterin bei den vor Ort einsetzen. Genau. Und dank deines Nachnamens bringst du natürlich ein bisschen Promi-Faktor in das Ganze hier. Ja, vor allem witzig, dass auch alle denken, dass Maren vorm Rennen irgendwie noch live ist. Vielleicht jetzt noch mal. Sie ist es nicht. Aber sie wird es auch mal machen. Vielleicht kommt sie mal dazu. Genau, zu meiner Rechten, die Caro. Sie arbeitet für FISMAN halt im Social-Media-Bereich, so ein bisschen im Hintergrund. Sie ist quasi die Frau an der Tastatur für alle Posting-Texte. Genau. So in der Art. Ihr dürft natürlich fleißig mitkommentieren. Also wir haben hier ein Handy vor uns liegen. Wir können eure Kommentare lesen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die Fragen gerne stellen. Und zu Beginn noch, der Titel dieses Formats heißt aktuell montags live. Wir sind damit noch nicht so ganz glücklich. Das Brainstorming zu einem besseren Titel hat noch nicht stattgefunden. Ja. Deswegen seid ihr gefragt. Es wäre super cool, wenn ihr Vorschläge macht. Also wir brauchen aber auch Vorschläge, die wir definitiv nehmen können. Genau. Also nicht irgendwas, sondern was Cooles. Was Cooles. Was sehr Cooles. Vielleicht was winterspezifisches. Genau. Wie man es nennen könnte. Ja. Und wenn ihr die Kommentare unter dieses Video schreibt, gewinnt der Kommentar mit den meisten Likes. Also auch gegenseitig liken, wenn ihr was Cool findet. Genau. Und so nennen wir das dann. Wenn es ein anständiger Vorschlag ist. Ich bin jetzt schon mega gespannt, was da am Ende steht. Ja. Ich auch. Ich denke, wir haben was zu lachen. Aber wir suchen auf jeden Fall was aus. Und seid gespannt. In zwei Wochen erfahrt ihr, wie es heißt. Genau. Das ist auch noch dazu. Wir sind alle zwei Wochen montags um 18.30 Uhr live. Genau. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Rückblick vom Wochenende, oder? Ja. Genau. Ich war vor Ort. Du warst hier im Büro. Wir haben uns quasi die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt. Das Office muss ja auch immer besetzt sein. Was hatten wir denn so? Also es stand, aber gut wie jedes Wochenende steht, unheimlich viel Wintersport auf dem Programm. Ich glaube, wir fangen mal mit den NoCos vielleicht an. Für die, die es nicht wissen, die nordische Kombination. Die waren in Frankreich. Und es gab dieses sogenannte Nordic Triple. Und Fabi Riesle hat zugeschlagen. Hat richtig zugeschlagen. Also er hat sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wie man so schön sagt. Er hat auch wirklich jedes Rennen gefightet. Also jedes Mal der Zielsprint unfassbar. Ja. Ja, ich habe auch irgendwie gelesen, er musste irgendwie immer vorweglaufen und hat die Arbeit gemacht. Hat die Führungsarbeit gemacht und am Ende ist dann leider leer ausgegangen. Was den Sieg angeht. Ja, genau. Also er war dreimal auf dem Podium, zweimal dritter Platz und am letzten Tag gestern ist er dann zweiter geworden und damit dann auch im Nordic Triple auf Platz zwei. Ja, letztes Jahr war er dritter, habe ich gelesen. Also nächstes Jahr können wir dann von Fabi, glaube ich, einiges erwarten. Dann gewinnt er hoffentlich. Kein Druck für dich also, falls du es siehst. No pressure, aber liefer ab. Genau, liefer ab für unsere Fans und für uns. Genau. Die Skispringerinnen waren in Sao, die sind immer noch in Japan unterwegs gewesen. Ja. Katharina Althaus auch erfolgreich. Sie ist am Freitag dritter geworden und am Samstag mit dem Team und Schlagbar, die deutsche Mannschaft, sind sie erste geworden. Also ich muss sagen, ich habe es aber auch fast erwartet. Also die sind alle so super drauf. Ja. Es ist immer lustig, was die so drumherum für Instagram-Stories machen und so, die Mädels. Also das ist irgendwie unterhaltsam anzuschauen. Also wenn ihr wollt, folgt denen. Es ist wirklich hochwertiger Content, den man dazu sinkt. Man kriegt auch schöne Sachen aus Japan dann zu sehen, wenn man noch nicht da war oder so. Genau. Neulich waren sie mal Ramen essen, also diese japanischen Suppen. Ah, die kenne ich auch nicht. Was ist das? Das ist so eine Brühe mit verschiedenen Inhalten. Also ganz oft sind so Nudeln drin. Okay. Leute, wenn ihr wisst, was Ramen ist, schreibt es mal in die Kommentare. Janine weiß es nicht. Genau. Da waren die Skispringerinnen. Die Skisprungherren waren in Zakopane in Polen. Da hatten wir ja leider den Sturz von David Siegel. Sehr bedauerlich. Ich habe es irgendwie so nebenbei. Ich hatte gerade das Facebook Live mit Roman Rees und wir haben kurz vorher das gesehen und irgendwie war man noch so aufgewühlt und man wusste auch gar nicht, was passiert ist. Man hat nur diesen Sturz gesehen. Wo hast du es gesehen? Ja, auch im Fernsehen haben wir es da gesehen, im Hotel von der Mannschaft. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt so ein bisschen nachgelesen, weil es mich auch interessiert hat. Anscheinend hätte der Anlauf verkürzt gehört, weil es einem super viel Wind gab. Ja, tausende von euch irgendwie da drunter kommentiert. Und dann habe ich das erst so für mich überrissen. Ja, genau. Also ihn hat es einfach total komprimiert in der Landung. Er hatte keine Chance mehr. Er ist gestürzt und hat sich dann direkt ans Knie gefasst. Wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Und jetzt kam heute die Meldung, dass er sich das Kreuzband leider gerissen hat und für den Rest der Saison ausfällt. Und das ist natürlich super schade, weil junger Athlet, sehr talentiert, ist die Saison echt super gesprungen bisher. Also wirklich, wirklich bitter. Und man hat es, glaube ich, auch den anderen deutschen Athleten wirklich im Gesicht angemerkt. Die waren alle geschockt. Keiner hat es irgendwie verstehen können. Und die haben da auch wirklich richtig mitgefiebert, um zu erfahren, was da los ist. Sie sind ja trotzdem noch Erster geworden, trotz des Sturz. Freude war da nicht wirklich mehr vorhanden. Leider. Aber... Genau. Markus Eisenbichler und Richard Freider kamen am Wochenende ihre Form irgendwie noch nicht so ganz abrufen können. Er lag vielleicht dann aber auch am zweiten Tag irgendwie so ein bisschen an dem Sturz, oder? Ja, wir haben dazu Markus Eisenbichler mal befragt. Stimmt, wir haben ein schönes Video. Er ist quasi aus dem Flugzeug heute gesprungen und hat ein Video für uns gedreht. Sehr, sehr nett. Danke nochmal, Markus. Ich habe den Eindruck. Ja, absolut. Gut. Wir haben ihm zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, weil in seinem Heimatort Siegsdorf gab es letzte Woche eine Katastrophenwarnung, wegen zu viel Schnee. Hat man vielleicht jetzt auch, sorry, dass ich unterbreche, Siegsdorf ist direkt bei Ruperling. Da war ja jetzt der Weltcup. Hat man vielleicht in den Medien jetzt dadurch auch viel erfahren, dass da auch der Weltcup auf der Kippe stand. Ja, also jedenfalls haben wir ihm da die Frage gestellt, wie er das erlebt hat. Gab es in seinem Heimatort irgendwelche Einschränkungen? Was passiert eigentlich bei so einer Katastrophenwarnung? Und dann die zweite Frage? Ja, wie er den Sturz von David Siegel verarbeitet hat und wie ihn das einfach am Sonntag im Sprung noch irgendwie belastet hat. Wie man damit einfach umgeht. Das hören wir jetzt von Markus. Ja, ich habe das mitgekriegt mit dem Schneekaus daheim. Hat mich jetzt nur generell ein bisschen eingeschränkt. Also, habe es gemerkt, wo ich nach Brita zu fahren bin, bin gerade noch rausgekommen von daheim, weil die Autobahn dann dicht war. Bei uns hat man dann auch das Haus abschaufeln müssen, weil es so viel Schnee war. Ja, das war schon. Ich finde es ganz cool, dass es so viel Schnee hat. Aber natürlich für alle Beteiligten war es nicht so cool. Zum Skifahren ist es natürlich super und zum Langlaufen und einfach für die Wintersportarten ist es natürlich top. Und ja, die zweite Frage. Natürlich war es nicht schön, das zu sehen mit dem David, aber beeinträchtigt hat es mich eigentlich nicht am Sonntag. Da fokussiert man sich dann wirklich auf sich selbst. Hat zwar leider nicht ganz so gut funktioniert, aber ja, so ist es mal. Und ich wünsche David gute Besserung und dass er schnell wieder zurückkommt. Und in diesem Sinne, Servus. Genau, so viel zu Markus Eisenbüchler. Also, wirklich cool, dass er uns dieses Video da so schnell zugeschickt hat. Und das wirklich total spontan. Also, richtig cool. Sein Internet von unterwegs war eigentlich zu langsam, um uns dieses Video zu schicken. Dann hat er extra, wie hat er es im Endeffekt gemacht, über WhatsApp? Ja, und er ist auch, glaube ich, ganz schnell nach Hause gedüst und hat sich versucht, in sein WLAN einzuhacken. Ja, kommen wir zur letzten Disziplin, was am Wochenende gelaufen ist. Biathlon. Biathlon, Riesenthema. Heimweltcup in Rupolding. Also, es war ein Highlight. Ja, wie hast du es vor Ort erlebt? Ja, also, ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird es mehr. Also, ich war jetzt bestimmt schon vier, fünf Mal vor Ort. Es ist der absolute Wahnsinn. Jetzt auch mit diesen ganzen Schneemassen, die da waren. Ja. Dass das überhaupt alles hat stattfinden können, war ja schon überhaupt Wahnsinn. Und ich glaube, man hat gesagt, um die 30.000 waren am Samstag, Sonntag im Stadion. Wow. Und das muss man erst mal für einen Biathlon-Weltcup. Ich meine, gut, Fußball, das ist was anderes. Aber das muss man erst mal erreichen. Also, wir standen wirklich sonntags staunend vor den Tribünen. Wie man am Skistand gesehen hat und auch hinten raus in Richtung Strecke. Alles war voll. Und wir waren ganz überrascht. Wir waren um halb neun da. Und da waren auch schon die ersten Fans da. Und der erste Rennen kam. Wann hat das erste Rennen begonnen? 12 vor 15. Wow. Und die können nicht irgendwo reingehen. Ja, die stehen den ganzen Tag im Halten. Also, das Respekt. Und davon lebt die Sportart. Deswegen war es auch einfach der absolute Wahnsinn. Ich bin immer noch ganz euphorisch. Was waren eure Tricks, um nicht zu erfrieren? Wir hatten zum Glück ein bisschen das Glück, dass wir ins Pressecenter konnten. Aber wir haben auch so kleine Wärmepads. Dann, ja, Zwiebelsystem läuft immer. Also, ich weiß nicht, wie viel ich anhatte, aber genug. Ich finde auch immer, so vom Körper her ist es nicht schlimm, aber die Füße. Ja, und die Hände. Also, man kann einfach keine Schuhe anziehen, die so warm halten. Ich habe noch keine Rettung gefunden. Ich habe immer kalte Füße. Auch, ja, irgendwann wirst du immer kalt. Also, ich bewundere wirklich die Fans. Also, ich vermute, vielleicht geht es auch ein bisschen mit Glühwein. Das hatten wir jetzt nicht. Das ist vielleicht ein Tipp. Aber, ja, es ist einfach kalt. Es war auch kalt in Ruppoling. Die Laura Dallmeyer war am Freitag bei der Kinderpressekonferenz im Rahmen vom Biathlon-Weltcup. Mit unserem großen Finn. Ja, richtig süß. Da gibt es auch ein Highlight-Clip auf unserem Facebook-Kanal. Könnt ihr gerne mal anschauen. coole Veranstaltungen. Also, Laura war auch echt gut drauf. Die Kinder waren gut drauf. Die haben super interessante Fragen gestellt. Die haben sich richtig vorbereitet, mit aufgeschrieben und so. Ja, das ist der journalistische Nachwuchs, glaube ich. Ja, vielleicht. Aber es ist ja auch cool, dass so etwas mit Kindern mal gemacht wird. Weil die normalen Pressekonferenzen kennt die Laura an Mass. Genau, vor allem kriegt sie so auch mal irgendwie andere Fragen gestellt. Ja, eben. War echt cool. Ja, bei Laura hat es leider nicht so funktioniert am Wochenende, wie sie sich das, glaube ich, erträumt hat. Wobei, ich finde, für die Krankheitsphase, die sie tatsächlich über Silvester hatte, ich glaube auch bis Oberhof halt, deswegen ist sie da nicht gestartet, war sie mit dem zehnten Platz im Sprint durchaus zufrieden. Also, sie hat ja auch gesagt, sie musste um die Schüsse kämpfen, weil sie wusste, dass sie sie braucht. Ist für sie ja jetzt auch nicht so alltäglich, weil sie kann ja manchmal auch ein bisschen kompensieren. Deswegen war sie zufrieden. Aber am Sonntag hat man einfach gemerkt, ihr fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit. Und dann hatte sie auch nicht das nötige Glück am Skistand, was wirklich immer dazugehört. Also, es ist nicht nur alles können, man braucht auch immer an dem Park ein bisschen Glück. Ja, also leider. Am Sonntag ist es nicht so gelaufen, wie erwartet. Man hat sich zwischendrin ab und zu mal gefragt, ich habe es ja von hier aus verfolgt, habe auf dem Display nie Laura Dahlmeier gelesen und dachte mir, wo ist sie eigentlich? Ja, mit Kaiser-Mäckereien war sie tatsächlich leider ganz weit hinten zu kommen. Das ist auch nicht so üblich. Ich glaube auch nicht, dass das noch so wahnsinnig oft vorkommt. Wir können von der Laura wieder erwarten, dass sie, sie hat Talent, sie ist eine super Athletin und wenn sie ihre Krankheit auskuriert hat, dann ist sie wieder vorne dabei. Das steht, glaube ich, außer Frage. Insgesamt war es für die Staffeln relativ erfolgreich, Platz 2 und 3. Also klar, für einen Heimweltcup. Also was gibt es cooleres? Ja, vor heimischer Kulisse und dann sowas. Benni Doll noch auf der letzten Runde mit Johannes Tinius Böe gefeigt ist und wir haben schon so gesagt, als es war, Maren und ich, gegen einen Johannes Tinius Böe darf man verlieren und ich glaube, das war auch das, was Benni danach gesagt hat. Er hat sich nichts vorzuwerfen, er hat gegen den schnellsten der Weltkrad leider verloren und eigentlich haben sie nur noch Silber gewonnen. Also war eine mega Atmosphäre und dann am Sonntag mit dem absoluten Highlight von Franzi Preuß. Also erster Weltcup-Sieg, das vor heimischem Publikum. Das war schon eine richtig coole Nummer. Denise ist im Massenstart siebte geworden. Ja, und hat ihre WM-Quali. Ja, richtig cool. Da hat sie sich auch sehr gefreut. Freut sie, ja. Und ich glaube, es geht bei ihr jetzt auch, also ich habe kurz mit ihr gesprochen, sie hat das Gefühl, es geht so ein bisschen bergauf. Sie fühlt sich ein bisschen sicherer beim Schießen, hat sich super geärgert über das letzte Schießen beim Massenstart, weil sie hätte durchaus noch vorne mit reinmischen können. Ja, sie ist ja die ganze Zeit vorne mitgelaufen. Und läuferisch hat sie es ja eh drauf. Und ja, sie hat gesagt, da hat es wieder zugeschlagen. Aber ich glaube, sie ist durchaus positiver gestimmt, als es nach den letzten Rennen vielleicht der Fall war. Ja, aber cool, wenn man die WM-Quali hat, dann... Ja, es fällt glaube ich so ein bisschen Druck ab. Also man kann sich zwar nicht sicher sein, weil der DSV entscheidet das dann auch noch für sich, aber als Sportler bist du erst mal froh, dass du auf der einen Seite safe bist. Ja, genau. Und das ist sie jetzt. Und ich glaube, deswegen fährt sie jetzt auch ganz beschwingt nach Antoine 2. Genau. Wir haben eine Frage zum Biathlon. Und zwar fragt der Lorenz, was können wir von unseren DSV-Athleten für die Biathlon-WM erwarten? Puh, ja. Das ist natürlich schwierig, Prognosen abzugeben. Ja, ist noch ein bisschen hin, würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn sie alle gesund bleiben, und viele hatten jetzt schon eine Krankheit, deswegen kann man vielleicht hoffen, dass es jetzt vielleicht schon mal da durch ist. Ist es normal, dass man einmal in der Saison krank ist? Ja, es ist durchaus schwierig, die ganze Zeit das Level zu halten. Und es gibt diese Phase nach Weihnachten oder um Weihnachten, wenn man ein bisschen runterfährt, bei der Familie ist, ein bisschen zur Ruhe kommt, dann erwischt es einen ganz oft. Und das haben jetzt zum Glück schon viele hinter sich. Also man hat auch gesehen, Vanessa hat es erwischt, Laura hat es erwischt, Franzi Hildebrandt hat auch ein bisschen geschwächelt. Ich glaube, wenn sie fit sind, und da sind sie jetzt alle auf dem Weg und wir haben ein super Trainerteam, dann können die da vorne mitmischen auf jeden Fall. Ja, und ich finde auch die Männer, also Arndt, Benni sind topfit, und auch Johannes Kühn ist in einer super Laufverfassung, wenn der trifft, dann sind wir da vorne dabei. Also Lorenz, wir erwarten einiges von unseren Atmen, glaube ich. Genau. Du warst ja viel mit Finn unterwegs. Ja. Kann man in diversen Videos sehen, die wir gepostet haben. Du hast einmal versucht, Finn Biathlon beizubringen. Wie ist es so gelaufen? Ich sage es euch, das Bärchen ist der Hammer. Ich habe vorher gedacht, oh je, wenn jetzt sich das Maskottchen die Beine bricht, wenn ich versuche, dem Langlauf beizusingen, dann habe ich ein Problem. Aber der war wirklich gut. Also er ist zwar auch ein paar Mal gestürzt, aber er hat es echt richtig gut gemacht. Es war einfach süß zu sehen, wie so ein Bärchen da auf Skiern steht. Er hat gesagt, er war noch nie auf Langlaufstiern unterwegs. Ich konnte es ihm fast gar nicht glauben. Natur-Talent, oder wie? Ja, weil ich hätte gedacht, oh Gott, also er fliegt nur die ganze Zeit auf den Hintern, aber das war nicht der Fall. Also Natur-Talent. Vielleicht teste ich das nochmal mit ihm. Es gibt ein Bild, das können wir mal einblenden. Ist schon eingeblendet mit Finn und dir beim Bockwurst-Essen. Ja, genau. Das war ganz witzig. Jetzt die Frage an dich, wie hat Finn diese Wurst essen können? Ja, also Finn hat sie tatsächlich selber geschnitten. Nein. Also ich habe auch gesagt, das musst du nicht machen. Mit seinen großen Fingern. Gleich hast du den Senf an deinem Kostüm. Das war ihm egal. Er hat dann geschnitten und dann haben wir halt das Foto gemacht und er konnte es da nicht essen, weil er musste auch weiter, weil Finn ist tatsächlich beim Weltcup richtig gefragt. Ja, Finn ist überall. Ich bin mir nicht sicher, wenn da Laura und Finn herlaufen, wer da gefragt ist, weil der Finn hat schon seine eigene Fanbase. Ich habe den auch nicht mitgekriegt, der wurde immer nur aufgehalten. Es gab auch ultra viele Fotos mit Fans und Finn zusammen. Also der hat schon jetzt echt... Und es gab nur einen, gell? Also es ist nicht so, dass es jetzt sie sind... Nein, nein, wir haben nur diesen einen Finn, der muss sich echt für alle aufteilen. Der hat ordentlich zu tun. Voller Einsatz. Der ist voll dabei. Der richtige Spirit. Naja, auf jeden Fall, das Würstchen hat er dann nicht gegessen. Ich habe dann unseren Kameramann gezwungen, dass er es isst, weil es wird kein Fleisch weggeschmissen. Das hat er auch gemacht. Brav. Wir haben gesehen, Finn hat da bei seiner Pause, die er gebraucht hat, mit nachhaltigem Geschirr gegessen. Wir waren im Fissmann-Hütchen und weil es diese Initiative gibt, Winterfans, wo ihr schon vielleicht von gehört habt, ist natürlich auch so eine Hütte nachhaltig ausgestattet. Und gerade bei so einem Wettkapp mit überall Plastik ist es nicht so einfach und da fand ich das schon eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Ja, dass man wenigstens beim Geschirr darauf achtet, dass man das nicht einweg aus Plastik und dann schmeißt es jeder weg, sondern dass man da halt Porzellan nimmt zum Beispiel. Es war jetzt in dem Fall Porzellan, oder? Ja, es war in dem Fall Porzellan und ganz ehrlich, also da waren es jetzt auch nicht über zigtausend Leute, da kann man das auch spülen und am nächsten Tag da wieder herrichten und das hat auch, glaube ich, alles ganz gut funktioniert. Ja. Ich schaue mal, ob wir noch ein paar Kommentare haben. Die Maren fragt, ob ich einen Lieblingsmoment beim Weltcup in Rupolingen hatte. Oh, schwierig. Es gab viele coole Momente. Ich glaube, mein Highlight war, als ich den Finn tatsächlich mit der Waffe erschlagen habe. Was auch auf dem Video drauf ist. Wir haben vorhin versucht, einen Screenshot davon zu machen, aber man sieht es leider nicht gut genug. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich gut erwischt. Er hat danach dann immer die Waffe so ein bisschen gehalten und guckt, dass ich ihn nicht nochmal irgendwie treffe. Aber er ist ja gut geschützt eigentlich in seinem Kostüm, oder? Ja, ich hoffe, er hat nicht gesagt, dass er dann was davon getragen hat. Die Sarah fragt noch oder sagt, dass wir ein süßes Eisbärchen haben. Haben wir auch tatsächlich, unser schöner Finn. Der ist auch ganz beliebt. Und unser schlafender Hund hier neben uns wird ihm auch am liebsten in die Füße beißen. Eigentlich ist die Wolke nämlich auch dabei, aber irgendwie ist sie nicht on fire. Naja, auf jeden Fall, diesen Eisbären könnt ihr auf jeden Fall bei Fisman im Selection Shop bestellen, wenn ihr Lust habt, dass der auch bei euch irgendwie einen Hund irgendwie zum Spielen anregt oder so. Genau, das wollte ich sagen. Also Finn ist ja eigentlich so ein bisschen unser Testimonial für die Winterfans-Kampagne. Es steht auch auf seinem Trikot, glaube ich, drauf, oder? Nein, es steht nicht auf seinem Trikot drauf. Na, total. Genau, magst du mal erklären, was eigentlich die Winterfans-Initiative bedeutet? Genau, ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was dieser Hashtag Winterfans immer so zu bedeuten hat. Es ist eigentlich ganz einfach. Fisman sponsort seit Jahrzehnten den Wintersport. Ich glaube, es hat irgendwie ein bisschen mit Sven Fischer angefangen, hat er am Wochenende erzählt und das ist wirklich auch schon ein bisschen länger her. Und der Klimawandel schlägt leider immer wieder zu, wie wir es in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, immer wieder mitkriegen. Und Fisman möchte den Wintersport weiter fördern und erleben, weil sie es lieben. Und deswegen hat sich Fisman überlegt, wir möchten etwas dazu beitragen, wir möchten ein bisschen aufrütteln. Und dazu haben sie sich überlegt, dass jeder so ein bisschen was für sich machen kann und haben auch die Sportleiter einfach mit einbezogen und die waren alle im Sommer am Gardasee und haben da so eine Art Manifest unterschrieben und es gab dann erstmal ein Brainstorming und alle wurden ein bisschen wachgerüttelt, jeder hat was gesagt, was er machen möchte und dann hat jeder halt gesagt, ich mache das. Also zum Beispiel hat der Roman Rees im Interview gesagt, er möchte zu Hause weniger Plastik verwenden und auch so oft es geht, aufs Auto verzichten. Heute ist er mit Benny Doi schon gemeinsam nach Antwoz gefahren, also die Sportler machen das tatsächlich, was ich auch total cool finde, wir kriegen auch immer gleich ein Bild zugeschickt und freuen uns natürlich mega. Genau, und so hat jeder irgendwie gesagt, er macht diese Kleinigkeit, hat dafür unterschrieben und jetzt habt einfach ihr die Möglichkeit, oder Fisman hat gesagt, hey, wir wollen auch, dass sich alle daran beteiligen können, weil gemeinsam sind wir nun mal stark und können etwas bewegen. Natürlich können wir jetzt nicht von heute auf morgen den Winter zurückholen, ich meine, jetzt ist der Winter da, da braucht man auch nicht reden, aber man kann auf der Webseite Winterfan werden, man kann sich für ein Projekt entscheiden, vielleicht soziales, ökologisch und damit unterschreibt man quasi auch so diese Art Manifest und ist Teil dieser Winterfans-Gemeinschaft und ich finde das super cool. Was hast du dir persönlich vorgenommen? Ja, ich bin auch schon Winterfan. Also bei mir ist schon mal das Erste, ich esse seit, glaube ich, fast zehn Jahren kein Fleisch mehr und das ist, glaube ich, auch schon ein guter Beitrag, weil dann weniger Ressourcen verschwendet werden und weniger Tierleid. Ich versuche im Supermarkt verpackungsfrei einzukaufen, es gilt mittlerweile schon bei Aldi, dass man loses Gemüse kauft und von dem her, es gibt kleine Schritte, jeder kann es machen. Was machst du? Erste kleine Schritte im Supermarkt zum Beispiel ist allein beim Obst und Gemüse, dass man nicht so eine Plastiktüte für jedes einzelne Stück Obst oder Gemüse nimmt, was eigentlich absurd ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass das früher jeder gemacht hat, ich glaube, mittlerweile sind die Leute ein bisschen mehr sensibilisiert, dass man darauf achtet und vielleicht einen eigenen Beutel mitbringt oder so für das Gemüse oder das Obst. Man sieht es tatsächlich öfter. Also ich finde auch, es findet gerade ein Umdenken statt. Ja, genau. Und wir wollen irgendwie so ein bisschen dazu anregen, dass halt jeder bei diesem Umdenken mitmacht und nicht sagt, nee, also ich habe jetzt damit eigentlich nichts zu tun, weil mich macht das Kraut jetzt auch nicht mehr fett. Ja, das ist das, was man glaube ich leider oft sagt oder auch irgendwie hört. und ich glaube, das ist auch so dieser Gedanke dahinter, so hey, sucht euch eine Kleinigkeit raus, macht das und vielleicht kommt aus der einen Kleinigkeit die zweite und dritte und dann höre ich vielleicht, was irgendwie der Arndt macht und denkt, boah, das ist eh so ein cooler Typ, das mache ich jetzt auch mal. So war das eigentlich, so war das bei mir eigentlich auch. Also ich habe angefangen, habe immer mal so Videos gesehen auf YouTube, Social Media halt. Ja, ja. Karot, kein Fan, die guckt nur YouTube. Richtig. Und da habe ich mir viel über Nachhaltigkeit angeschaut und habe mir dann irgendwann vorgenommen, ich schaue jetzt mal drauf, dass ich im Bad bei den Pflegeprodukten Verpackungen vermeide. Und das ist auch irgendwie ein für mich spannendes Thema, weil es ist gar nicht so einfach und da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und dann macht es aber auch Spaß, wenn man irgendwie so nach und nach Sachen rausfährt, findet, wie man auf dieses Plastik verzichten kann. Und es gibt zum Beispiel in München einen Unverpacktladen, wo ich neulich drin war mit meiner Schwester und da kann man dann Duschgel und Shampoo halt in so Klotzform kaufen. Kann man auch zum Beispiel jetzt schon bei DM kaufen. Ja, stimmt, genau. Wenn es halt kein Unverpacktladen in der Nähe hat, was halt nur in der Großstadt vorhanden ist, gibt es schon bei DM. Ziemlich cool. Genau. Und ich versuche einfach insofern auf Plastik zu verzichten. Ich nehme keine Einkaufstüten, ich versuche in Bad auf Plastik zu verzichten. Ja, solche Sachen. Ja, also wie ihr schon hört, ich glaube, man muss einfach nicht die Welt verändern. Nee. Und das verlangt auch niemand und das steht auch nicht hinter der Winterfans-Initiative, sondern kleine Schritte, mal ein bisschen was anderes machen, als man es vielleicht vor zehn Jahren gemacht hat und dann reicht das vielleicht auch einfach schon, oder? Hast du irgendwas, was du dir mal vorgenommen hast, wo es aber mit der Umsetzung noch ein bisschen schwierig ist? Die Janine ist übrigens unsere Nachhaltigkeitsvorreiterin hier im Büro. Ja, es werden auch manchmal bösere Wörter benutzt, aber sagen wir es nicht. Nein, aber ich tippe dann mal irgendwie so an so einen Coffee-to-go-Becher und sage, den gibt es auch in einer anderen Alternative. Ich finde es durchaus wirklich schwierig bei Lebensmitteln. Also ich tue mich da schwer und manchmal denke ich, boah, ich hätte das jetzt gerne und dann überlege ich wieder. Die Maren hat am Wochenende gesagt, sie wollte für uns irgendwie Süßigkeiten kaufen für mich und mein Team irgendwie und dann hat sie da Raffaello stehen gehabt und hat gesagt, ich habe es nicht geschafft. Also sie hat halt gesagt, da hat sie halt auf ganzer Linie versagt und das ist einfach schwierig. Maren achtet da auch ziemlich drauf. Maren achtet da auch ziemlich drauf. Also wir haben so eine kleine Challenge, dass wir unsere Badezimmer reinigen quasi mit allem Unnötigen und tausend Sachen, die man bei dm immer geshoppt hat. Wir sind jetzt fleißig am Verbrauchen und das challengen wir uns so, wer als erstes fertig ist und dann gibt es nämlich nur noch Minimalismus, die Sachen, die man wirklich braucht und das dann auch alles unverpackt. Cool. Ich freue mich schon drauf, wenn wir endlich damit starten können. Ich bin gespannt, was du erzählst, ob es klappt. Ja, ich auch. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es klappt bei dir. Wir haben noch eine Frage von Patrick, der fragt, ob ich den DSV-Förderkader mal erklären kann. Puh, ich bin nicht mehr ganz so in dem Thema drin, wie es vielleicht mal war. Es gibt einfach ein Kadersystem, das ist ähnlich wie, ich vergleiche es immer mit der Bundesliga. Wir haben die erste Liga, wir haben die zweite Liga, das ist der A-Kader und der B-Kader. Dann gibt es noch den C-Kader, da ist der komplette Nachwuchs drin und man versucht sich einfach von den einzelnen Ligen in die erste Liga hochzuarbeiten, das ist der Weltcup. Man bekommt ab C-Kader komplette Unterstützung, wird auch ausgerüstet vom DSV, was dann immer schon so das erste Highlight ist für Nachwuchsathleten. Was heißt Unterstützung? Wer bezahlt einen da? Also man verdient Geld ab dem Zeitpunkt? Ja, also man ist dann, wenn man die Schule beendet hat, bei einer Behörde. Also man kann sich für eine Behörde entscheiden, Zoll, Bundespolizei oder Bundeswehr. Das trifft der Sportler aber für sich, da hat der Verband nichts mit zu tun oder so. Dann wird man von denen bezahlt, bekommt ein normales Gehalt und dann bekommt man halt Unterstützung vom DSV, sprich man bekommt Skimaterial, man bekommt die Ausrüstung, also sprich die Einkleidung. Man fährt mit zu den Förderlehrgängen und man fährt dann auch mit auf die jeweiligen Wettkämpfe. Also ich hoffe, ich habe ungefähr deine Frage beantwortet, Patrick. Falls nicht, kannst du mir auch gerne nochmal über FISMANN Sport schreiben. Dann beantworte ich das nochmal ausführlich, wenn ich es dann zusammenflege. Janine ist für die Fragen zuständig, die auf Facebook so reinkommen. Ja, ich beantworte alles sehr gerne. Ich freue mich da immer drauf. Liebe Community Management. Sehr gut. Ich mache es wirklich gerne, also schreibt. Ich würde sagen, wir sind eigentlich fast schon am Ende unserer Sendung angekommen. Das ging jetzt auch wahnsinnig schnell, oder? Es ging schneller als gedacht. Auf jeden Fall. Wie immer. Wolke hat alles verschlafen, kann man auch mal so nebenbei erwähnen. Dieser Hund. Dieser Hund ist ein typischer Bürohund. Das Leben müsste man haben. Ja, sagen wir ganz oft, die glaube ich, im Büro. Ja, was bleibt uns noch zu sagen. Werdet Winterfan. Das wäre super cool, wenn sich nach dieser Sendung echt ein paar entscheiden. Sie klicken mal auf die Webseite und schicken uns auch Fotos. Am liebsten gucke ich mir die Fotos an. Wir haben am Wochenende die 5000 geknackt. Yay. Ja, also wenn ihr auf die Winterfans-Seite geht, dann seht ihr, ist da so ein Counter eingeblendet, wie viele Winterfans wir aktuell sind. Und wir sind, glaube ich, bei 5500 momentan. Ja, voll cool. Und ihr müsst auch kein Foto machen, das hat sich jetzt so angehört, das ist nur optional. Dann könnt ihr eure Gewinnchancen erhöhen, weil ihr könnt nämlich auch was gewinnen, zum Beispiel so eine nachhaltige Snackback oder so. Die hast du mal promotet, oder? Ja, genau. Ich habe mal diese Snackback mit mir fotografiert. Sah, glaube ich, super aus. Äh, nicht. Aber es gibt auch ein Meet & Greet mit den Sportlern zu gewinnen. Das ist auch, glaube ich, ziemlich cool. Also von dem her, werdet Winterfan, hinterlasst uns vielleicht noch ein Like. Genau, liken, ganz wichtig. Haltet in zwei Wochen wieder ein, weil dann sind wir nämlich wieder für euch da. Am 4.2., oder? Ja, und ich habe vorhin schon das Thema Unverpacktladen ein bisschen angesprochen. Wir werden nächste Woche mal in einen Unverpacktladen zusammen gehen. Kräftig zuschlagen. Und werden da ein bisschen was drehen und mal die Besitzerin von dem Unverpacktladen hoffentlich ins Gespräch bekommen und fragen, was ist da wichtig, wie baut man sowas auf. Wie kommt man da hin? Da hoffen wir, dass wir da was Cooles für euch zusammen kriegen. Genau. Ja, deswegen am 4.2. wird spannend. Seid wieder dabei. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Danke fürs, und fürs Kommentieren. Tut uns auch leid, wenn wir nicht alles beantwortet haben. Wir gehen dann da vielleicht auch noch mal einfach drauf ein. Ist ein bisschen schwierig immer mit den Kommentaren und den ganzen Reden, aber wir geben uns Mühe. Also, ich bin, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.